Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den IEN-Gemarke Schadflash für Montag, den 8. Januar. Gut, nun wir beginnen am heutigen Montag im Schadflash zunächst mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Wochenschad. Im Wochenschad konnten wir in den Vorwochen hier den wichtigen Fibonacci-Ficker nach oben durchbrechen, im bisherigen Verlaufshoch 4797 Punkte erreichen. Wir befinden uns seit der Vorwoche hier in einer Korrektur, die bisher den unteren Fibonacci-Ficker verteidigen konnte, sowie auch den 10er EMA im Wochenschad bisher nicht erreicht hat. Der 10er EMA notiert etwas unter dem Fibonacci-Ficker bei 4.631 Punkten. Solange wir darüber notieren, ist dann trotz der aktuellen Korrektur langfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Höchstwahrscheinlich werden wir bereits hier im Bereich um den Fibonacci-Ficker auf der Unterseite, der durch den 10er EMA, der ja langsam nach oben weiter ansteigt, verstärkt wird, dann ein Verlaufstief bilden und in der Folge dann höchstwahrscheinlich wieder weiter ansteigen. Sollten wir doch unter den Fibonacci-Ficker und unter den 10er EMA fallen, würde sich die Lage zunächst weiter eintrüben. Und die nächste Anlaufmarke im Wochenschad, also im großen Bild, wäre dann der Bereich hier um 4.500 Punkte zunächst. Gut, wir gehen dann eine Zeitebene tiefer im S&P 500 in den Tagesschad. Da sind wir am Freitag mit dieser bullischen Tageskerze, mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen. Wir könnten also hier am Freitag das Verlaufstief der aktuell laufenden Korrektur bereits gesehen haben. Es wird dann aber darauf ankommen, ob wir dann die Aufwärtsdynamik vom Freitagnachmittag dann hier weiter fortsetzen können am heutigen Montag. Und vor allen Dingen, ob wir dann hier den 10er EMA im Tagesschad bei aktuell 4.727 Punkte dann nach oben durchbrechen können. Erst dann würde sich die Lage wieder deutlich aufhellen. In diesem Fall wären dann die nächsten Anlaufmarken auf der Oberseite bei 4.750 und ungefähr 4.800 Punkte zu sehen. Trotzdem weiterhin gilt, solange wir unter dem 10er EMA bleiben, ist dann auch bei weiteren Erholungen mit eher langfristig weiterfallenden Kursen zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er EMA, der sich derzeit bei 4.600 Punkten ungefähr befindet. Wir machen dann weiter mit dem Währungspaar Euro-Dollar im hier vorliegenden Wochenchart. Im Wochenchart konnten wir bisher in den vergangenen Wochen hier einen Verlaufshof bei 1,113 Dollar bilden. Danach prallten wir hier im Bereich des Widerstands um 1,110, 1,109 Dollar wieder nach unten ab. Ging dann hier mit dieser bärischen Wochenkerze aus dem Handel und setzten dann die Abwärtsbewegungen zunächst in der Vorwoche weiter fort. Wir konnten uns aber hier an der oberen Begrenzung der Ichimoku-Wolke zunächst fangen und befinden uns aktuell im Bereich von 1,093 Dollar am frühen Montagmorgen. Wir werden sehen, ob wir dann hier wieder ansteigen können, einen erneuten Angriff durchführen können auf den 200er EMA, der aktuell bei 1,100 Dollar notiert. In diesem Fall wäre dann mit einem erneuten weiteren Hochlauf zum Widerstandsbereich, um 1,110 Dollar zu rechnen. Zu beachten ist, dass wir hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation bisher im Wochenschart vorliegen haben, mit der linken Schulter bei 1,109 Dollar, dem Kopf bei 1,124 Dollar und der rechten Schulter dann bei 1,113 Dollar. Wir werden sehen, ob diese dann in den nächsten Wochen bestätigt wird, diese Umkehr-Formation, oder ob es dann doch zu einem weiteren Anstieg kommt und diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation dann neutralisiert wird. Wir machen dann weiter mit dem Tagesschart im Euro-Dollar. Da befinden wir uns aktuell direkt im Niemandsland, de facto zwischen dem 50er EMA und dem 10er EMA. Sollten wir den 10er EMA bei aktuell 1,096 Dollar nach oben durchbrechen können, wäre dann hier mit einer Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung zu rechnen. Zunächst dann zum Widerstandsbereich um 1,100 Dollar, brechen wir aber hier nach unten durch unter den 50er EMA, beziehungsweise bleiben wir unter dem 10er EMA, würde dann weitere Schwäche angedeutet werden. Die nächste Anlaufmarke unter dem 50er EMA wäre dann zunächst hier der 200er EMA, der sich derzeit bei 1,080 Dollar befindet und auch in der Vergangenheit bereits hier als wichtige Unterstützung fungierte, beziehungsweise dann im Hochlauf zunächst einen Widerstand bildete, bis es dann hier zu einem Durchbruch nach oben gekommen ist und der 200er EMA bisher immer wieder verteidigt werden konnte. Gut und abschließend schauen wir uns hier bei den Einzelwerten die Aktie von RTL Group an. Diese befindet sich seit dem Abfall an der Unterstützung bei 31,50 Euro hier in einer Aufwärtsbewegung, konnte hier zunächst den 10er und 50er EMA nach oben durchbrechen, wobei es dann auch zu einer bullischen Überschneidung des 10er EMAs über den 50er EMA gekommen ist und zudem auch der 10er EMA dann im weiteren Kursverlauf verteidigt werden konnte. Wir befinden uns nun aktuell direkt am 200er EMA, der wie man sieht hier in den Vortagen immer wieder als Widerstand diente. Wir sind hier immer wieder im Tageshoch nach unten abgeprallt, könnten nun aber möglicherweise vor einem Durchbruch nach oben stehen. Bereits am Freitag gelang hier ein leichter Hochlauf über den 200er EMA. Wir werden sehen, ob dann die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter beibehalten wird und ob es dann zu einem nachhaltigen Durchbruch nach oben kommt. In diesem Fall würde dann ein weiteres langfristiges Longsignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann zunächst der Bereich um 37 Euro. Solange wir über den 10er EMA notieren, ist dann auch bei Korrekturen mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Also auch bei einem Rücklauf zum 10er EMA der Helplon-Linie dürfte die Aktie sich in diesem Bereich dann höchstwahrscheinlich fangen und dann danach vor einem erneuten Angriff stehen auf den 200er EMA, wobei dann es wieder darauf ankommt, ob ein Durchbruch hier nach oben gelingt. In diesem Fall, wie gesagt, wäre das nächste Anlaufziel ungefähr bei 37 Euro. Gut und damit wären wir dann auch wieder durch mit dem I&G Markets Chartflash für den heutigen Montag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Dienstag mit dem I&G Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg im heutigen Training. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg im Moment.